Kampfsportfläche mit Terrabändern. Wenn der Muskel dementsprechend trainiert wird, dann ist er auch widerstandsfähiger. Egal welches Sport hat, Sport hat immer was mit Kämpfen zu tun und da ist das Kampfsporttraining natürlich optimal. Kann ich auch jedem Verein nahe legen, von der untersten Klasse an damit anzufangen, weil der einzelne Spieler einfach ganz anders austrainiert wird über die Zeit. Ich habe ja selber auch mitgemacht und ich muss echt sagen, da kommst du schon an deine Grenze. Da musst du schon mal den Schweinehund links von der Schulter schubsen und weitermachen, weil du echt mal kurz überlegst, ob das noch Sinn macht. Aber es macht Sinn und es ist richtig geil, wenn du das dann geschafft hast, bist du froh und guckst den anderen ins Gesicht und denkst, Jungs, die habt ihr auch durchgezogen. So soll es sein. Ich glaube, das sind Belastungsintervalle und Intensität, die hast du sonst nicht im Training. Und es ist einfach mal lustig, mal was anderes zu sehen, über den Tellerrand hinauszuschauen. So soll es eine Vorbereitung sein, mal an oder über den inneren Schweinehund zu gehen und gerade hier kann sich auch keiner schonen. Da gibt es dann sofort von hinten einen und gehört einfach dazu und macht auch riesig Spaß.